Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen. Wie ihr seht, wir sind in der Baymax-Welt in Hiro's Garage und haben zuletzt den jungen Riku getroffen, der in der Organisation 13 ist und offensichtlich eine Replik mit Herzen des wirklich tatsächlich jungen Riku, der von Ansem besessen war, ist, der durch die Zeit gereist ist und jetzt hier die Microbots vom Hiro kontrolliert und da mit allerlei Unfug treibt. Die wollen wir jetzt aufhalten und damit auch Riku. Ja, auf geht's. Ja, auf geht's. Ja, jetzt muss es uns alle aufhören. Das ist richtig. Freddy, wollen wir DESTROY? Our probability of success is... You don't have to crunch the numbers, VMAX. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah! Hmph. Which adds up to what? Show me. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that! It's working together! Smile at something funny! Trusting friends. In every heart, there's hope. Yes! You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be real! What was it you said? I only have to see it. For it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it! Yeah! Wait! That's Baymax! What? No way! Baymax! Baymax! Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! Baymax is like my family. Please! Give me back, my friend! Ha 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 ha! Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right! You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend, right in front of him. Wait! Hiro! Oh no. Hiro! Tell us, what should we do? Baymax means everything to me. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Sora? He has to be stopped. Okay. Help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Oh no! Sora! Sora! Take Baymax! Okay! Baymax! I am ready, Sora. I am ready, Sora. Oh man, schon wieder ein, uaaahhhhhh, Wartungs-Spray, okay. Ah, die muss ich, ah ja, alles klar. Wo ist er hin? Au, ein bisschen näher ran. Hm, ich habe das Wartungs-Spray kaputt gemacht. Kriege ich es wieder aufgeladen? Ja, mehr kriege ich. Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt ein Problem. Au, doch das kann ich hieben. So, so. Autsch. Ah, ich kann die auch hieben, die Netze, okay. Ah ja, okay, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Wo ist er denn jetzt? Autsch. Das ist nicht nett. Hä, die kann ich nicht hauen? Hm. Doch kann ich. Na also. Ich weiß nur nicht. Würdest du bitte langsam mal wieder auf mich schießen? Hm. Hm. Sonst kann ich ja nichts zurückklauen. Ja. Mann, oh. Okay, meine Flugkünste sind nicht. Ich hasse Luftkämpfe. Meine Flugkünste sind... Na super. Das ist eigentlich schon cool, aber... Ey. Was ist jetzt passiert? Überwältige ihn. Na gut. Können wir machen. Ah. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Hier ist überall ein Gitter. Ah. Oh Gott. Ich kann auch schießen, warum sagt mir das keiner? Ich brauche Wartungsspray. Okay. Bitte. Wartungsspray. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au! Okay, das... Ich hoffe, das kriegen wir hin. Wo ist er denn? Au! Au! Ich hätte gern ein Wartenspray! Wo ist er denn? Mann! Der ist aber jetzt noch flott! Jetzt aber! Komm schon! Oh weia, jetzt ist er sauer! Jetzt ist er aber sauer! Autsch! Ich glaube, ich kann noch schießen, aber ich reagiere immer zu spät bei der letzten... Jetzt aber hier! Jetzt aber hier! Ja! Oh! 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 Es ist die richtige Sache zu tun. Tadashi... Sie haben das gleiche getan. Aber Hiro... Ist das nicht... Beimaxe? Das ist okay. Beimaxe ist hier. Ich... muss ich sein. Au? Hallo, ich bin Beimaxe, dein persönlicher Beimaxe. Ja, ich bin Beimaxe. Das ist ganz schön, Beimaxe. Ja, das ist gut. Ja, ich bin Beimaxe. Was ich ein Beimaxe? Wir haben noch viele Probleme mit dem Beimaxe. Ich bin Beimaxe. Ich bin Beimaxe. Ja, ich bin Beimaxe. Ich bin Beimaxe. Er ist mein persönliche Beimaxe. Ein Nanomod, ein Schlüsselschwert, das Angriff und Magie ausbalanciert, Formänderung Nanowaffen. Interessant. Muss ich mir mal anschauen. Aber ich vergesse das immer, weil erstmal ewig viele Zwischensequenzen danach kommen, dann bei der nächsten Welt davor und dann vergesse ich immer zu wechseln. Meistens wird man ja auch noch direkt in den Kampf geschmissen. Naja gut, jetzt müsste ja eigentlich richtig viel passieren. Ich sehe die Zeit, ja. Ja, die schauen wir uns noch an, die Sequenzen, oder? Oh, keine Sequenzen? Ich bin überrascht. Du hast einen neuen Lichtsucherkurs freigeschaltet. Sprich mit deinen Freunden in der Stadt, um dich der Herausforderung zu stellen. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil normalerweise kommen ja nach einer abgeschlossenen Welt ewig viele Zwischensequenzen. Hm. Erstmal speichern. Das kam ja auch sehr kurz vor, diese Welt, ne? Irgendwie schon. So. Was können wir hier besprechen? Tagsüber, nachts. Ah, okay. Stimmt, ich habe die Fotos gar nicht gemacht. Naja. Dann würde ich sagen, springen wir mal ins Gummischiff, ne? Das war ja jetzt die letzte Disney-Welt. Also, mal schauen, was uns jetzt noch erwartet. Das war ja auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 May my heart be our guiding key, it'll show us the way But where does it lead? I guess it matters, go! Hurry, Sora! Okay! Why do you think that gate took us here? A keyblade? How did it end up here? Hmm, maybe it's another guiding key Sure, but to guide us where? A door! Watch down! Not you guys The Realm of Darkness, it isn't safe for you Forget it, I'm going Yeah, you can't make a whole pint without us Come on guys, think about it Even the King and Riku struggled in the Realm of Darkness Someone needs to stay out here just in case If something happens to the rest of us If something happens to the rest of us If something happens to the rest of us, you two need to carry on Sora! Stop it! We understand, but we don't want you going someplace dangerous on your own Thanks guys, but I'll be fine I'll make sure Riku and the King are safe Trust me You'll promise to be good And come home nice and safe? Right Riku! Mickey! Bibi! Das ist die Keyblade. Ist das sie? Mikki, du bist zu spät. Aqua? Was ist passiert? Du hast mich verabschiedet, das ist das. Du hast mich in dieser Schadow-Prison für mehr als eine Jahrzehnte, zu wissen, was es für mich würde. Entschuldigung, es ist all meine Schuld. Ich habe das Schadow-Prison nach dem Endless Wandern. Ich habe das Schadow-Prison nachdem, aber niemand kam. Ich habe das Schadow-Prison nach dem Heartless. Ich habe das Schadow-Prison nach dem Schadow-Prison nachdem. Ich habe das 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 Schadow-Prison nachdem. Das heißt für mich, die Zeit ist rum. Tut mir leid, aber hier an dieser Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns. Wenn ihr noch nicht habt, da unten ist das Abo-Knöpfchen. Und es gibt eine Playlist zu dieser Reihe. Also, falls ihr noch nicht alle Folgen geschaut habt, ihr könnt die von oben bis unten komplett durchgucken mit der Playlist. Braucht nicht einfach die nächsten Folgen suchen. Kann ich euch empfehlen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal und dann machen wir da den Haufen Herzlose platt und holen Micky zurück und Aqua. Deal, oder? Ciao. 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 Ciao.